wir haben noch 100 holz so ausdauer ausdauer bleibst du denn ausdauer ne ich hab heute um wann habe ich angefangen 18 uhr was wo ich angefangen hab ich auch nicht ich hab's vergessen Alzheimer im Frühstadium Hä? Hielfee was denn? was is denn? da stimmt was nich glaube ich Und zwar, der stimmt nicht. So, jetzt passt es. Was ist mit Hilfe? Das Einzige, was ich nicht verstehe, was eigentlich die Live-Aufrufe bedeuten. Ein was? Die Live-Aufrufe. Nee. Kennst du das? Ja, nee. Der mag mich nicht. Was denn? Was ist der da? Hä? Live. Ich bin zu langsam. Mach ich links und was rechts. Das war, das war uns zu viel. Das war uns zu viel. Oh mein Gott. Weißt du was? Ich mach doch zu streben. Ah, ich seh nix. Haltest du das? Haltest du das? Weiß ich nicht. Bis jetzt schon. Das hält. Was hält und wackelt und hat Luft ist doch gut. Was denn? Was denn? Ich muss hier n'n gerade Sinn machen. Hier. Fehlende Voraussetzung, toll. Viel Holz haben wir nie gemacht. Nö. Ach, f*** die du. Was ist denn der Scheiß? Aber was weiß ich mach. Äh. Oh, ich hab kein Holz mehr. Ja, ich hab das letzte genommen jetzt. Ich weiß nicht was los ist, aber ich kürze trotzdem Wein. Warte, ich mach da was rein. So. Vielleicht hält's jetzt. Schauen wir mal. Ja. 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 Schön. Ja. 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 Ich glaube das eine stimmt ja auch nicht, oder? Das...weiß ich nicht. Das ist doch. Ich gehört... Ist da jemand woher? Schlagbox, Schlagbox, Schlag, Schlag, Schlagbox. Warum ist das da drüben? Wo denn? Oder ist das in der Mitte? Bist du denn? Das? Das passt nicht, oder? Doch. Das passt doch. Das doch. Ne, das ist doch hier hin. Wohin? Da, ne? Hier hin. Hier hin? Bist du sicher? Naja. Ja. Okay. Das ist falsch. Das schräge musst du nehmen. Ja, Chefin. Ich bin keine Chefin. Gehen. Ist da nur ein Späß. Ist da nur ein Späßli. Ich weiß. Warum kommst du da rauf und ich nicht? Keine Ahnung. Weißt du was? Jetzt mach ich was anderes einmal. Vielleicht... Vielleicht hilft das was. Das ist alles grün. Das ist alles grün. Das ist alles grün. Ja, Piter. Ich hab mich verbaut Da ist noch Geld Hat gerade gespeichert Ich glaube ich hab's Ich hab kein Holz mehr Ja, müssen wir eh noch einmal gehen Das Holz hat sich ausgeholzt Das Holz hat sich ausgeholzt Hm Okay Das ist das Sprachen lernen für Schwachköpfe Darf ich einen Fehler gemacht? Jetzt hat's wieder bisschen Holz Bei mir heißt das Sprachen lernen für Schwachköpfe Was? Was ist da? Da ist irgendwas falsch Was denn? Wer da? Das Abstand Das ist wahrscheinlich zu groß gebaut Nee Ich glaub irgendein Holz passt da nicht Nee, du bist Das hier ist ein Stück zu weit links Das hier Ich will Okay Achso, warte mal Da brauch ich Holz her Ja Oh Gott, den Hammer Jetzt stimmt sie beide Nein Hey, was war das? Was denn? Warum ist das abgebrochen? Ich weiß es nicht Wieder abgebrochen Ja, das ist alles rot Mhm Das war gar nicht sein Weißt du was? Ich tue da überall steher Das darf aber eigentlich nicht sein Ah, hoppala Oh, da ist das groß Ja Ja Ich geb da auch Steher her Da unten Hm Vielleicht bringt's das Oder machst du so ne Schläge hin Die noch so geht Die noch so geht Ah, Holz Haben wir keins mehr, gell? Nö Na, dann gehen wir halt mal schlafen, ha? Jo Und Holz sammeln wieder Deine Hütte braucht viel Hm Auch viel Geduld Bist du gemütlich am schlafen? Ja In deinen Träumen sitzt du neben einem Feuer In einem großen, in einer großen Halle Ich hab nix stehen gehabt Gemeint Das ist gemeint Ja Weil das Spiel dich irgendwie nicht mag Ich werde wieder mal was essen Äh, ich brauch was zum Essen Du nicht? Bis jetzt doch nicht Ähh Irgendwas wolltest du, gell? Was wolltest du? Ich weiß es nicht Ich hab keinen Plastenschimmer Ich auch nicht So So Suppen So Ich hab zum Essen Nimm da auch was zum Essen Wir haben noch Wolfsfleisch Echt? Oben haben wir auch noch genug Wolfsfleisch Also Ja, zum Essen haben wir noch genug Und machen kann ich auch noch eins Schick, schick Nicht in der richtigen Position Oh Oh oh, die Bäume stehen schon alle Echt? Ja Ja Wieso sagst du dann Wieso sagst du dann Oh oh? Okay, ich hab im Wagen schon wieder verloren Ich hab meine Hacke verloren Was? Was? Nein, da ist sie Ging die echt nur auf 3? Warte mal Ich muss mal's nachschauen Ging die echt nur auf 3 oder ging die auf 4? Was? Die Hacke 4 Die Spitzhacke Nein, die Hacke Welche Hacke Die ging nur auf 3? Welche Hacke? Ja, die du Mit dem du äh Begradigen kannst Das weiß ich nicht, das musst du nachschauen Keine Ahnung Die ging nur auf 3 3, 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 3 Aber wie schnell es gewachsen ist Mhm Kann man nicht glauben, oder? Mhm Wie viel hast du eingepflanzt? 100 Stücke? Ja Alter Falter Alter Falter Rumps, rumps Alter Falter Alter Falter Alter Falter Das gibt's doch nicht Das gibt's doch nicht Ähhhhh Fünf Vorsicht beim Feld Macht nichts Bei der Rüste macht das nichts Ich hab was auch grad gedacht Der ist auf mich vorgeflogen Ich hab keinen Schaden Mhm Domino Ich Fack Einen Bomben ab und da fliegen die nixen runter Ja Hab ich gut gemacht, gell? Mhm Gut gesetzt Domino Hahahaha Hab ich gut gemacht Ich heiß nur Bom, 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 Bom Böhm Ich beck dir Das war's. Ich war's nicht. Du warst es nicht? Ich war's nicht. Ich war's nicht. Das sagen sie alle. Ich bin unschuldig. Achso, ich bin voll. Darum. Ich bin unschuldig. Ja, 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 ja. Das sagen sie alle. Ein Baumfeld. Aber nicht nur einer. Ja, ich glaube, wir müssen eh mehr stehen abbauen. Hm. Aber warum hat das dann bei meinem Haus funktioniert? Wahrscheinlich war's kleiner. Weiß ich nicht. Glaube ich gar nicht. Glaube ich gar nicht. Dann glaubst du's halt nicht. Das darf ich gern, aber... Wie du einfach da durchflitzt. Hm? Wie du einfach da durchflitzt. Ich? Hm. Äh, okay. Was denn? Baum an Baum. Wenn du dir diesen Baum hier anschaust. Welchen? Bei mir. Oh. Ich bin oben. Bam, baum. Ja. Ich fall grad runter. Ich war lange. Jetzt bin ich gestorben. Ich war ganz oben. Und überhaupt, du brauchst es auch nicht mehr untergefallen. Ich hab mich grad kummern, glaube ich. Echt? Oh Mann. Der erste... Warum tust du das? Du kannst es nicht mehr kriegen. Der erste Feldhut. Ich wollte die Aussicht genießen. Die Aussicht, die war ja ganz groß. Da lieg ich sogar. Meine Leiche. Ja. Eieiei. Oh, was sagt ihr das, gell? Nö, ist nicht viel runtergegangen. Ha? Ist nicht viel runtergegangen. Eigentlich ist gar nichts runtergegangen. Wahrscheinlich, wenn ich nur von den Gegnern getötet werde. Wie geht's runter, scheinbar. Weiß ich nicht. Ich hab immer noch 50, wie ich vorher auch hatte. Boom. Boah, jetzt haben wir schon ein bisschen wieder gelichtet alles, ne? Weil wir haben ja noch immer genug Bäume. Nö, jep. Sollte was... Den geb ich jetzt weg, bevor da wieder ein Blödsinn einfällt. Mehr ist auch nicht. Nee, nicht. Eee, nicht. Äh, das kann ich nicht einsammeln. Loll. Was? Kann ich hier nicht einsammeln. Ja, dann tue mal auf C oder V drück. Überhaupt nicht. Nö. Auch nicht, auch nicht, auch nicht, BD. Jetzt da. Ja, vielleicht war aber es wieder. War scheinbar ein Server-Lag. War... Oh, das waren zu viele Bäume. Schon wieder. Ist der Baum einfach verschwunden? Ist der Baum einfach verschwunden? Äh, wo ist der Wagen? Ah, da vorne, oder? Hm. Am Weg. Der Baum ist einfach ein Stück Baum verschwunden. Kann ich zugreifen. Nö. Ich auch nicht. Vielleicht kommt der Happy, äh, der Happygrad rein. Hm. Oder ist der schon drin? Äh. Nee. Ah, oh ja, der ist schon drin. Mude, nach unten. Ah, jetzt geht's. Der Sei-Va-Dore. Jetzt geht's wieder. Sei-Va-Dore, kennst du Sei-Va-Dore? Warst du wohl ein? Komm her, da. Der hat einen Stag gekriegt. So. Ein starker Hinterkopf. Reicht es derweil wieder momentan einmal? Oder willst du noch? Ich würde noch sagen, ein bisschen mehr. Was? Ein bisschen mehr. Warum hab ich jetzt, äh... Hm? Nein, ich drück dich um. Jetzt, jetzt ist Holz auch wieder da. Was ich abgebaut, was ich abgebaut hab. Nö. Ich hab wieder sein... Wurzsalat zusammen. Jetzt geht's wieder nicht. Wutdafuck. Wutdafuck. Nee. Der, bei mir ist... Ah, jetzt ist es wieder da. Oh mein Gott. ist das selber halt bei mir verschwinden die steine und alles ich glaube das reicht aber wo hast du denn geparkt da am weg 611 bäume haben wir moment 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 da kommt noch ein bisschen was jetzt kannst du noch mal nachschauen da sind jetzt ein bisschen mehr nicht in der richtigen position einmal richtig darauf kloppen uns in die schweinchen lieb haben wir ein kleines verkel 1 wir haben einen aggressiven auch immer noch wir haben aggressiven zwei verkel echt ja da ist eines und da vorne am zahn aber wieso wird der nicht lieb eigentlich der wird schon lieb vielleicht hat er nichts zum fressen gekriegt da liegt noch was drin ja Männer sagen die Frauen meistens und dann sind sie stinkig wer ist stinkig na ist gut würde ich mich nie trauen würde ich mich nie trauen naja so ach so da kommt mir jetzt nicht mehr mehr auf nö weißt du was ich mache mal na Armin ist auch eine blöde Idee ja ich komme da rauf auch wenn es tausend jahre dauert bin oben bin ganz weit oben da wird man dich loben ei 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 aber ist aber alles rot hier oben ist aber alles rot ich sehe es gerade krach es ist wieder grün wie siehst du jetzt aus? äh bis jetzt ist auf der seite äh so man kann sagen orange jetzt ist rot es ist komplett rot na warte mach auf der anderen seite auch hüpp ich hab kein holz mehr ich hab kein holz mehr ich hab kein holz mehr wie einzige sigh ich hab kein holz mehr ich hab kein holz mehr ich hab kein holz mehr dolz mehr doch ich hab kein holz mitab19 es nicht mehr